Musik Jolli, 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 meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Werkfeuerwehrs im Lande 2014. Ja, meiner Fresse geht es einigermaßen besser, deswegen kann ich noch wieder besser schwätzen. Und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt hier einfach mal weiter. Und wir schauen, was als nächstes auf uns zukommt. Ja, und nicht vergessen, Montag, der 5.8.2013 ist der... Guten Morgen zusammen. Und da ich selber viel zu tun habe, nur schnell das Wichtigste in Kürze. Okay, das Wichtigste in Kürze. Zunächst zu unserem Feuerwehrmann Anwärter. Ja, kennen wir. Vom äußeren Erscheinungsbild sieht das... So, das war's auch schon. Das kennen wir ja schon alles. Gut, uns fehlen noch 350 Punkte. Lass mich raus hier. So, halt, da sind wir schon wieder verkehrt. Ich glaube, da muss ich lang. So, das war's auch schon. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Jetzt überprüfen wir das Fahrzeug eigentlich jetzt sofort. Wenn das jetzt irgendwo ein Fehler ist. Und warum haut es mir jetzt meine Fremdrasche schon wieder runter? Das gibt's doch nicht. Morgen. Morgen. Ja, da ist er ganz gut gelaunt. Und das in der Früh schon. So nicht, meine Freunde. So nicht. So. Gut. Hops. Machen wir erstmal das Tor auf. So. Und rein. Und... Dann schauen wir mal, ob alles funktioniert. Das geht. Dann Lichter. Lichter. Die vorne auch. Ja. Und dann passt ja alles. Super. Und Hupel? Juhu, es passt alles. Oh, wir müssen tanken, sehe ich gerade. Nein, dann fahren wir. Dann geht es erstmal Sprit tanken. Ich hoffe, Feuerlöcher, den haben wir glaube ich erst aufgefüllt. So. Und dann schauen wir mal, wo die nächste Tankstelle ist. Du, 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 du. Da vorne haben wir schon eine. Einfach quer über die Firming-Gelände, dann passt das schon. Ab durch den Wald. Wer fällt ein? Kennen wir ja alles. So. Dann machen wir gerade an die Tankstelle. Alles klar ist es noch nicht. Weiter vorne, ne? Und drumherumseck. Ups. So. Halt, der Tankstelle ist auf der anderen Seite. Gut. So, fahren wir ein bisschen zurück. Gut, mit reichen. Aussteigen. Halt, da muss ich rum. Ab, 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 ab. Ab mich durch. Toll. So, machen wir mal hier auf. Einsatzbefehl für Florian 1. Von einmal der Mithelfer Florian 1. Ein Leitstand, milde Einsatz angenommen. Ähm, rein da. Hallo. Scheiße. Ist es denn auf, oder was? Ah. Oh, jetzt weiß ich gar nicht, was doch genau ist. Scheiße. Äh. Da hätten wir andere Tastenbelegung nehmen müssen. Sehe ich gerade. Naja, egal. So, ab, ab. Schon genug Zeit verplempert. Hoffentlich reicht der Sprit noch. Jetzt bin ich wieder ein Gleisfahrer. Jo, wir kommen doch schon. Achtung. Oh, ja. Man schaut, dass er auf Zeit gefahrt. Habe, ne. Habe, ne. Ah, davon, ne. So, jetzt muss jetzt hier irgendwas sein. Florian 1, ein Leitstand, melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. So, dann holen wir uns gleich mal unseren Feuerlöscher. So, ich denke mal, das wird da drin irgendwo sein. Na, wo brennt's denn? Oh, oh. Hallo? Hallo, Feuer. Also, hier nicht. Blödsinn war schon das Fehlalarm, oder was? Da. Oh, da steht irgendein Eimer. Ich hoffe, die haut uns nicht um die Ohren. Ach, du große Neune. Was ist da? Ähm. Oh, doch, ich hab's geschafft. Huh. Okay, wir müssen auch unseren Feuerlöscher dann wieder auffüllen. Sehe ich gerade. So, das heißt, wir fahren jetzt erstmal tanken. Und dann fahren wir den auffüllen. Kam, kam. So, Tankstelle ist da drüben irgendwo eine. Äh, da haben wir eine. Okay, gut. Ups. So, ran an die Zapfsäule. Ich hoffe, das reicht. So, aussteigen, hopp. Und bitte jetzt nicht gleich wieder in den Brand. Dam. Und. Jetzt, scheiße, jetzt kommen wir nicht, jetzt reicht der Platz nicht aus, oder? Doch, eh. Eh. Jawoll. Dann machen wir voll hier. Bis zum Anschlag. Und dann schnell zur Leitstelle den Feuerlöscher verfüllen. So, dann brauchen wir da die F-6 wieder So Fahren wir natürlich wie immer querfeld ein Kennen wir doch schon Machen ja die anderen Fahrzeuge auch Oh, da laufen wir Da laufen die Läufer Alter So Da ist jetzt die eine Tankstelle, wo wir vorhin tanken wollten Wir müssen jetzt Auf alle Fälle Nein Zurück zur Wache Auf alle Fälle Ach ja, und wir können mal Wo war das Licht? Bei der Kuh genau Bei der Kuh das Licht anmachen Bei der Kuh So, dann gehen wir da mal durch Ah Mann So Wir müssen nämlich jetzt ganz schnell schauen, dass wir unseren Feuerlöscher auffüllen Nicht, dass noch etwas Größeres kommt Aber das war jetzt schon Riesenbrand Warum rückt denn da nicht mehr aus? Warum rückt da nur das kleine Ding aus? Normal kommen wir mit dem Feuerlöscher Mit dem Handfeuerlöscher doch gar nicht hin auf die Höhe, oder? Ja gut, ich bin jetzt kein Feuerwehrmann Und Aber vielleicht weiß es von euch jemand Ja, frei auf Wache Genau Und wir machen jetzt mal schnell hier Unsere Feuerlöscher klar So Dann geben wir mal neun Feuerlöscher Und zwar F Und F Jawohl Aufgefüllt So Jo Dann können wir jetzt eigentlich warten Bis der nächste Brand kommt Können wir vielleicht jemanden ärgern Man ruft doch Ah ja genau Jetzt können wir mal schauen Wie das mit der Taschenlampe ist Ja Cool Ja Doch Macht cooles Licht Wär ist cool So Was haben wir denn sonst noch alles? Was wir mal nicht entdeckt haben Da müssen wir jetzt mal schauen So Hier haben wir auf alle Fälle Die kleine Werkpack Aber da kann man nichts machen Ein Schlauch Wie man da 50 Kilo Oh Einsatzbefehl der Florian 1 Vom Außenbereich des Geländes Kam eine Alarmierung ein Hier wurde eine leichte Rauchentwicklung gemeldet Vom Außenbereich So So Außenbereich So Kümmere dich Unverzüglich darum Florian 1 An Leitstand Melde Einsatz Angenommen Äh So Außenbereich Außenbereich Ist ja gleich hier Florian 1 An Leitstand Melde Fahrzeug Am Einsatzort Eingetroffen An Leitstand An Leitstand Eingetroffen Musst ja gleich hier Gros sein So Dann schauen wir mal Was da los ist Ich sehe nämlich jetzt momentan noch nichts F Spannung Spannung Ja, wo ist das? Ah! Ha! Das war ja schnell! Das war ja schnell. Der Außenbereich von Gelände, okay. Gut. Da wissen wir das auch, wo der ist. Das dachte ich schon, ich muss jetzt ausfahren vom... vom... vom Werksgelände. Ja, da haben wir ja mal richtig weite Strecke gehabt. Ei! Frei auf Wache und gegen den Gefahren. So. Stellen wir den gleich mal rein hier. So. Und hier machen wir auch auf. So, dann schauen wir uns mal die Fahrzeuge noch an, was wir hier alles haben. Äh! Hallo! Was war das jetzt? Äh, ja, egal. So, hier haben wir dann die TLFs. Und hier haben wir dann Umweltschutzfahrzeug ist da mit dran. Okay, cool. Und dann haben wir natürlich einen Leiterwagen. Und unseren Zirkun. Genau, der Turbolöcher. Aber das haben wir natürlich erst wieder am Schluss. Am Schluss, am Schluss. So, was haben wir denn sonst noch? Na, was macht ihr da? Mach' ich auf Toilette. So. Oh, da bin ich verkehrt. Hallo? Hab' ich dich gewischt in der Frauentoilette? Was machst' ich denn da? Hä? Wer war das, hä? Ja, da war... Ja, 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 ja. Gut, ich war... Aha! Hey, das ist ja Hammer! Sind ja alle auf Toilette. Kann man das auch benutzen? Mahlzeit! Also runterspülen kann man. Kann man sich die Hände waschen? Ah, schaut euch mal, das verzifft... Ui, ja. Die verzifften Toiletten an. Oh! Schottlatt! Das ist ja auch gleich um die Ecke. Ups. Jetzt hau's doch die Framerad wieder zusammen, das gibt's doch nicht. So, dann muss er jetzt ja gleich hier sein, der Schottplatz. So, jetzt ist nur die Frage, wo sei jetzt ein Brand? Mal schauen... Und jetzt ist er schon wieder 8 Uhr, verdammt. Jetzt schickt er mich dann wahrscheinlich wieder heim, weil ich wieder die Zeit überschreit. Hm. Also hier seh' ich jetzt kein Feuer. Ne, also jetzt schauen wir mal hoch da. Ich hoffe, jetzt krieg' ich dann keine Strafe, weil ich den Brandmelder ausschalte. Obwohl, ich seh' jetzt auch nirgends ein Brand. Na, ist da was? Ne, da ist auch nirgends. Ähm. Was ist da los? Hey, cool! Zum ersten Mal die Axt verwendet, ist das cool! So, das wird auf die 1. Also kein... Ich seh' kein Brand. Brennt nirgends. Jetzt schauen wir mal, was jetzt passiert. Melde BMA-Alarm ab. Es war ein Fehl-Alarm unterstanden. Okay, es war ein Fehl-Alarm. Jawoll! So, dann können wir jetzt... Dann müssen wir uns jetzt schicken mit dem Abmelden. Weil sonst... Schickt er uns nach Hause. Und das wird er nicht cool. Oh, oh. Scheiße. Das wird doch verdammt knapp. Ich will nicht, dass er mich nach Hause schickt. Hopp, 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 hopp. Oh Mann, Gott, renn halt! Mensch! Mann! Ich muss mich... Abmelden. Ne, dass er mich nach Hause schickt. Weil, wenn ich... Denk, dann reichen die Punkte nämlich nicht. Shit, 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 hopp, hopp, schnell, 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 schnell. So, da ran. Hopp. Scheiße. Ah! Mann, wer hat das Tor schon wieder zugemacht? Raus hier. Lass was stehen. Hauptsache, ich kann mich abmelden. Bevor das der mich abmeldet. Ja, da kommt der schon, der Chef. Bevor er schimpft. So. Was haben wir da? Geh, hopp. Ja! Und, wenn wir Glück haben, steige ich jetzt nämlich auf. Gut. 4000, okay. Feuerwehrmann, Anwärter, okay. Weiter. Du wurdest befördert. Du wirst hiermit zum Feuerwehrmann befördert. Ab jetzt darfst du den TLF Florian Vier fahren. Ja, ich darf ab jetzt den TLF Florian Vier fahren. Ist das cool. Cool, cool, cool. Geschafft. Super. Ja. Und jetzt? Nein, ich will gar nicht weitermachen. Aaaaaaah. Ja, das ist aber egal. Wir können ja dann absprechern. Auf alle Fälle TLF Trinken Vier, das ist cool. Tag, ihr Nasenbären. Ha! Frankriss Spruchschwitter, war doch voll laut. Das Tanklischfahrzeug Florian Vier teile ich dir heute zu. Sorge dafür, dass das Fahrzeug jederzeit betankt und voll einsatzbereit ist. Ja, ist klar. Vom äußeren Erscheinungsbild sieht das Fahrzeug ja soweit ganz gut im Schuss aus. Ich hoffe, dass dies auch für seine Funktionalität gilt. So, das war's auch schon. Alle Mann ab an die Arbeit und passt auf euch auf. Oh Gott, so. Aber jetzt. Spiel beenden. Oh. Nein. Nein. Warum funktioniert das nicht? Warum? Aaaaaaah. Da war weitergestanden. Ich hätte nicht auf weiterdrücken sollen. Jetzt darf man den ganzen Scheiß nochmal machen, verdammte Axt. Mann, bin ich ein Honk. Moment, kann ich da nicht auf... Abbrechen? Nein. Ich bin so ein Honk. Leute, ich bin so ein Honk. Echt, er flagt mich, wenn ihr mich sieht. Echt, das ist der Hammer. Ach, komm. Ja, bis zum nächsten Mal. Echt, verdammte Affen-Axt. Mann, kann man das nicht so machen, dass der Spielstand automatisch gespeichert wird? Ach. Ja, okay. Bis zum nächsten Mal. Na ja. Müssen wir halt die Scheiße nochmal machen. Na ja, was soll's. Bis dann. Tschaui. Und schönes Wochenende.